Hey Leute, David von iDesignish hier. So, ich wollte auch eine ganz kurze Verlautbarung machen. Und zwar, ich hatte ja in verschiedenen Abständen ab und zu mal Vlogs hochgeladen, das heißt, wo ich jetzt in Japan war, in Thailand, Taiwan war und hatte mich jetzt einfach dazu entschieden, es kommt jetzt auf diesen Kanal nichts mehr. Ich habe jetzt alles hochgeladen auf einen anderen Kanal, der heißt David Sun. Link in der Videobeschreibung, ich verlinke euch das nochmal ganz fett hier. Und wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, abonniert den Kanal. Ich werde auch in verschiedenen Abständen einfach da was hochladen. Sowohl werde ich meine alten Videos, die ich jetzt auf den iDesignish-Kanal hochgeladen habe, werde ich auch dort nochmal hochladen und hier jetzt löschen. Als auch, wenn jetzt mal neue Videos dazukommen, weil wir sind hier jetzt ab und zu mal im Ausland unterwegs, werden dort auf jeden Fall neue Updates kommen. Deshalb solltet ihr an die Videos interessiert sein und ihr habt iDesignish deswegen abonniert, bitte deabonniert mich und geht auf meinen David Sun-Kanal. Link nochmal, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und abonniert den Kanal. Sonst, weil Vlogs und Designs vertragen sich anscheinend nicht so gut. Gut, das war eigentlich alles und ja, schaut mal vorbei, lasst ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da ein bisschen supporten würdet. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Design-Video wieder. Bis dann, ciao.